servus und herzlich willkommen zu einer weiteren folge auf der losberg also nice projekt wenn man sieht ich bin gerade am ockern im 470er und ja hochvorstellung gibt es vielleicht noch so dann das ganze läuft also ich habe jetzt den 471 als größten schlepper mit frontlader also ich habe nicht als größten schlepper mit frontlader als größten schlepper und mit frontlader wenn man sagt ja ich bin jetzt da gerade mit dem agro marsch also polnisch fabrikat organ und ja frühlingsanfang ist aktuell der betrieb ist auf bio falls es noch nicht gesagt habe ja ich habe die aufnahme von schon mal gemacht und dann festgestellt dass mein liebes obs sind aufgenommen hat und deshalb heute mal was ich vorher gesagt habe und ja und da die vorschlagen gibt es jetzt erst einmal zeitraffer aufnahmen bis mir wird irgendwas eingefallen ist oder so was ich habe es ich habe es Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich würde da in dem Universal schon mal das Tankfest locken. So. Zack. So wird es gegangen raus. Und aussteigen. Wop. Scheiße. Goddammit. Machen wir dort die Tür auf. Okay. Was Schlauch ist drin. Und. Ja. Dann sage ich das war es für die Folge. Also Folge ist ja nicht wirklich. Also. Ich nenne es jetzt auch mal. Arbeitsschritt. Also. Auch wenn wir jetzt keine Folge machen. Die nächste werde dann. So untergraut. Unterarbeiten. Und irgend sowas sei. Also. Dann. Bis zur nächsten Arbeit. Gehe ein Abo. Daumen hoch. Kommentar. Dann lasst uns. Kids singen aber auch so. Bis dann. Ciao.